ich begrüße euch sehr herzlich zu einem schnellen video ich nehme euch jetzt in real time mit wie ich bei einer lieben kundin eine nagel ersetze sie hat eine nagel verloren und ich habe schon alles hergerichtet ich werde mit dual forms und mit dem polyacryl gel von just nail arbeiten und danach das nageldesign einer lieben freundin drauf machen das nageldesign mit schwarzem farbgel einem regenbogen pigment ganz ganz fein mit 20 mikronen und einem goldenen striping gel formvoll enden ja heute lasse ich die staubi aus und ich setze dann deswegen eine maske auf dann würde ich sagen sie kommt jetzt gleich und ich wünsche euch viel spaß dabei und Amen. 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 Amen.